Wenn dich jemand betrügt, ist es falsch, diese Person zu bestrafen oder zu glauben, dass sie eines Tages bestraft werden? Aber er muss bestraft werden. Entweder von dir oder von jemandem, aber er muss bestraft werden. Welche Art Strafe verhängst du normalerweise gegen Menschen? Es ist schon genug Strafe verhängt worden, nicht wahr? Es ist bereits verhängt worden. Die Hässlichkeit, die Ekelhaftigkeit, die schweigende Behandlung, alles ist geschehen. Also welche weitere Strafe willst du noch verhängen? Deine Sache ist, es gibt keine Reue auf der anderen Seite. Es gibt keine Reue auf der anderen Seite, weil die Menschen tun, was sie wollen. Nicht, was du willst, dass sie tun. Immer. Und das ist vielleicht nicht in deinem Interesse. Aber sie tun, was sie tun wollen. Ist es richtig, falsch? Ich gehe nicht auf die Moral davon ein. Ich möchte, dass du die Mechanismen der Situation verstehst. Jemand tut, was sie tun wollen. Nun denkst du, sie müssen bestraft werden. Wahrscheinlich haben sie kein Gesetz gebrochen. Andernfalls würden sie sowieso bestraft. Sie brechen eine Vereinbarung zwischen zwei Menschen. Wahrscheinlich hast du die Vereinbarung falsch verstanden. Du hast geglaubt, dass diese Vereinbarungen absolut sind. Sie sind es nicht. Nirgends in der Geschichte der Menschheit oder heute oder irgendwann in der Zukunft werden menschliche Beziehungen absolut sein. Obwohl jeder, jede Person, die ein wenig romantisch wird, glaubt, dass dies eine absolute Beziehung sein wird. So etwas gibt es nicht. Eine Beziehung ist eine Variable. Immer. Du musst sie Tag für Tag führen. Eines Tages, wenn du sie nicht richtig führst, kann sie irgendwo hingehen. Ja oder nein? Nein, bitte, schau es dir an, wie es ist. Du musst sie richtig führen. Also, nein, ich tue immer mein Bestes. Offensichtlich glaubt jemand, dein Bestes ist nicht gut genug für sie. Ich möchte, dass du damit klarkommst. Es geht nicht um, ich sage nicht, was sie tun, ist richtig oder falsch, das steht mir nicht zu. Alles, was ich sage, ist, so funktionieren die Menschen seit Ewigkeiten und immer noch. Ich sage, zuallererst musst du verstehen, Beziehungen werden nie und nimmer absolut sein. Sie werden Variablen sein, die du... Es ist jonglieren, das du tun musst. Wenn du mit fünf Bällen jonglierst, einer wird manchmal... Er wird herausfallen. Er fordert viel Geschick und Aufmerksamkeit. Ja oder nein? Ihr seid verheiratet, viele von euch. Er fordert es nicht viel Geschick und Aufmerksamkeit? Wenn du nicht aufmerksam bist, weißt du nicht, was zur Hölle passiert. Es braucht viel Aufmerksamkeit, nicht wahr? Jemand hat mich gerade angerufen aus irgendeinem Land in Europa und... Satguru, ich mache nur Hausarbeit, komm und rette mich. Bring mich weg zu deinem Ashram. Ich mache nur Hausarbeit. Sie spült Geschirr und so. Gut. Sehr wohlhabend. Hat aber vier Kinder. Also gibt es die ganze Zeit etwas zu tun, ohne Ende. Und heute tauchte die Haushaltshilfe nicht auf, also musst du das Geschirr spülen. Vier Kinder sind da. Und du musst das Geschirr spülen. Du musst alles abwaschen. Also ich sage, du musst das verstehen. Eine Beziehung ist eine veränderliche Realität. Es ist keine absolute Realität. Wenn du eine absolute Beziehung haben willst, musst du Beziehungen mit den Toten unterhalten. Das ist der Grund, warum viele Menschen Gott wählen. Denn es ist ein absolutes. Du kannst damit umgehen, wie immer du möchtest. Wenn du zehn Tage nicht an ihn gedacht hast, am elften Tag, wenn du an ihn denkst, ist er noch da. Du tust das mit dem Mann oder deiner Frau oder irgendjemandem, dann... ...wird etwas anderes passieren. Du bist weggegangen, warst beschäftigt, hast Gott drei Jahre lang vergessen, wieder kannst du an ihn denken. Noch da. Wenn du also eine absolute Beziehung haben willst, musst du... ...solltest du keine Menschen wählen. Menschliche Beziehungen sind Variable, brauchen viel Aufmerksamkeit. Deshalb entscheiden manche Menschen in ihrem Leben, sie haben nicht die Zeit und die Energie, um solche Dinge zu handhaben. Also gehen sie einen anderen Weg, wo es keine solche Verpflichtung gibt. Sie schließen ihre Augen, sie sind bei sich. Ihnen ist es egal, wer um sie herum ist, was um sie herum ist. Also du kannst das nicht tun. Also ich denke, es ist am besten, wenn du versuchst, jemanden zu bestrafen, wirst du am Ende nur dich selbst bestrafen. Sie tun, was sie tun wollen. Am besten ist es, wenn du erkennst, was es ist, was du wirklich in deinem Leben willst. Du musst nicht auf sie reagieren und etwas Dummes tun wie sie. Du musst dich nur hinsetzen und es betrachten. Wenn deine Illusionen zerstört sind, bist du gerade desillusioniert. Das ist eine sehr gute Sache. Wenn deine Illusionen zerstört sind, bedeutet dies, das Leben bringt dich näher an die Realität, nicht wahr? Also das ist eine Gelegenheit für dich, dich hinzusetzen und herauszufinden, was ist die Natur meines Lebens? Warum ist es? Schau, dieses Stück Leben ist ein vollständiges Stück Leben, ist es nicht so? Ist es ein halbes Leben? Bist du ein halbes oder ein ganzes Leben? Ganzes Leben. Warum ist es, dass es sich so unvollständig anfühlt, dass es eine andere Person braucht, um dieses Leben zu füllen? Warum ist es? Es ist Zeit, sich das anzusehen, nicht wahr? Wenn dies ein ganzes Leben ist, ist es komplett. Aber im Augenblick hast du es so geformt, dass es nicht existieren kann mit diesem und jenem, ohne diesem und jenem und jenem. Also irgendwo ist es ein unvollständiges Leben, oder zumindest wurde nicht die Ganzheit seiner Natur erkannt, nicht wahr? Dies ist ein vollständiges Stück Leben. Vollgepackt mit Schöpfer und Schöpfung. Sehr tolle Kombination. Wenn du, das ist eine Zeit, wenn das Leben so an deine Tür klopft, ist, ist es Zeit, tiefer zu schauen, anstatt zu reagieren und zu versuchen, jemanden zu korrigieren. Jemand anderen zu bestrafen, wird dein Leben nicht verändern, wird dein Leben in keiner Weise schöner machen. Etwas kranke Befriedigung wirst du für zwei Tage haben, danach wirst du dich dafür auch schuldig fühlen. Ja. Anfangs, wenn dieses Gefühl intensiv ist, gibt es dir Zufriedenheit. Nach einiger Zeit, wenn du zurückblickst, wirst du dich schämen. Also geh diesen Weg nicht. Dies ist eine Gelegenheit. Jemand eröffnet dir eine spirituelle Dimension. Wirklich. Jemand lässt dich erkennen, wie zerbrechlich all diese Dinge sind. Sie können dich betrügen, sie können weglaufen, sie können sich von dir scheiden lassen, oder sie können tot umfallen, nicht wahr? Wenn sie tot umfallen, würdest du nicht denken, er hat mich betrogen. Würdest du denken? Nein. Aber wie auch immer, du wirst zurückgewiesen, ist es nicht so? Das Wichtigste ist, dass dir etwas verwehrt wird. Wie er es tat, ist nicht das Problem. Er hat dir etwas verwehrt, entweder durch Tod, Scheidung oder Betrug oder wie auch immer du es nennst, aber im Grunde genommen, wurdest du zurückgewiesen. Du kannst nur deshalb zurückgewiesen werden, weil du in einem bestimmten illusorischen Zustand bist, zu glauben, dass dies ein halbes Leben ist und es eine andere Hälfte von irgendwoher braucht. Nein, das ist ein vollständiges Leben. Wenn du als vollkommenes Leben erblüht bist, wirst du sehen, dass deine Beziehungen von ganz anderer Natur sein werden. Es wird mehr ein Zusammenkommen und Teilen sein, nicht ein Auspressen. Es muss sich umwandeln. Wenn es sich verwandeln soll, musst du dich verwandeln. Dies ist eine großartige Gelegenheit, die dir jemand gegeben hat. Hör auf, diese Worte zu benutzen, jemand hat mich betrogen. Sag einfach, jemand schiebt dich in Richtung ultimative Wirklichkeit von einem illusionären Zustand. Wir müssen diese Person danken. Du musst dankbar sein. Anstatt dich in der Illusion zu lassen, anstatt dich darin dein ganzes Leben lang zu lassen, machen sie dir das sehr bald klar. Andernfalls wirst du es zum Zeitpunkt deines Todes wissen. Ja. Du wirst es zum Zeitpunkt deines Todes wissen. Wenn du stirbst, ich habe Angst, warum kommst du nicht mit mir? Er wird sagen, nein. Also anstatt es im letzten Moment zu wissen, ist es besser, jetzt zu wissen. Es ist besser, ich habe Angst, wenn ich mir nicht mit mir Mular v Jiméry Untertitelung des ZDF, 2020